Ich bin 14 Jahre alt und habe vor drei Monaten mit Glaubenssätzen angefangen und da kam mir die Frage, ist das zu früh oder genau richtig? Kehren, wenn ich dazu was sagen darf. Also, es gibt nicht zu früh und es gibt auch nicht genau richtig. Ja, sowas gibt es nicht, weil ich, als ich angefangen habe, das war so in meinen Anfang 20er Jahren, war ich dann da zu spät oder war es da? Für mich war es genau richtig. Es war für mich der genau richtige Zeitpunkt, mich damals aus einer schwierigen Situation rauszuholen, wo ich sehr verzweifelt war und dann habe ich das religiös, meine Glaubenssätze religiös gelesen. Das erste Mal habe ich mich darüber belesen. Was geht es da eigentlich? Wie muss ich die aufschreiben? Habe das Buch The Secret, blenden wir gerade mal ein, von Rhonda Byrne gelesen. Es ist so ein ganz wichtiges Buch, wo es darum geht, wie man Affirmationen aufschreibt, also wie man sich Dinge wünscht, damit sie das Unterbewusstsein umsetzen kann. Und dann habe ich damals aus meiner Verzweiflung heraus angefangen, morgens direkt nach dem Aufstehen, ich stehe auf, habe damals, glaube ich, irgendwie Liegestütze als erstes gemacht und dann mich hingesetzt, Glaubenssätze gelesen. Abends im Bett, Licht war noch an, im Bett gelegen, Glaubenssätze gelesen, Licht aus, pennen. Das Beste, was man machen kann. Morgens nach dem Aufstehen, abends vor dem Schlafen gehen. Seine Glaubenssätze zu lesen, ist eine extrem mächtige Sache und ich kann dir, lieber Mathis, nur sagen, wenn du das mit 14 anfängst und du ziehst es durch, dann wirst du Wunder erleben in deinem Leben, von denen du kannst dir gar nicht vorstellen, was da alles passieren wird. Weil du, je früher du anfängst, das ist ja, ich weiß nicht mehr genau, wann ich zum allerersten Mal angefangen habe, das ist auf jeden Fall 6, 7 Jahre, bevor ich angefangen habe. Wenn du den Vorsprung hast von 6, 7 Jahren auf jemand anderen und ziehst es konsequent durch, dann bist du dem meilenweit dem Rest der Gesellschaft überlegen. Deswegen finde ich das grandios, je früher, desto besser. Ja, sehe ich genauso. Wenn ich so zurück überlege, ich habe es nie morgens gemacht, ich habe es immer nur abends gemacht, immer noch mal vor Augen geführt, was meine Ziele sind, was meine Glaubenssätze sind. Und die haben sich bei mir auch angepasst kontinuierlich. Es ist nicht so, dass es einfach nur status geblieben ist. Deswegen, wenn du früher anfängst, dann hast du wahrscheinlich andere Glaubenssätze, als wenn du 25 bist oder 30 oder noch älter. Von daher ist es etwas sehr, sehr Positives, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich sage auch nur, mach weiter so, bleib dran und jeder, der es nicht macht, probiert es aus. Absolut. Absolut. Holt euch ein Buch dazu vielleicht, lest euch was dazu durch, dass ihr versteht, wie die überhaupt aufgeschrieben werden. Also wie man das macht, um den Sinn dahinter zu verstehen. Weil eine Idee kann immer nur so stark sein, wie das Feuer, das in euch brennt, um sie nachher umzusetzen. Und sonst hast du die Idee jetzt, ja gut, ich fange an und schreib es dir auf, machst zwei Tage, die Motivation ist weg, bumm, lässt es bleiben. Wenn du aber weißt, warum du es machst, weil du dich wirklich damit beschäftigt hast, dann geht es nicht nur um kurzfristige Motivation, sondern du hast es dann eingespeichert und dann kannst du es auch länger machen. Deswegen beschäftige dich mit Affirmationen. Geh mal auf YouTube, gib Affirmationen ein, Glaubenssätze ein, Ziele erreichen ein. Dann beschäftige dich damit, dann wird die Idee stärker und du hast dann auch die Kraft, das länger durchzuziehen.